Hallo? Hallo, ich bin's, Christian. Hallo? Ja, ist die Mama da? Hallo? 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 Ist das für Asche? Hallo? Deine Mutter disst dich. Hallo? Gar nicht, das ist meine Schwester. Die mit den zwei Eiern. Hallo? Du bist ja noch da! Ja, nicht mit zwei Armen, mit zwei Eiern. Ey, wo ist die Mama? Ist das... Wer ist da dran, bitte? Hallo? Ja, ich will die Mama. Jetzt! Wie, wo ist du? Wo ist du im Weg? Hallo? Hallo? Hast du mich grad alter Fettsack genannt? Sag nie wieder Fett. Ja. Ja. Ja.